Weiter geht die originale Marvel-Star-Wars-Comic-Reihe, in der Zeit nach die Rückkehr der Jedi-Ritter, mit Ausgabe Nummer 101, weit, weit weg. Erneut geschrieben von Mary Jo Duffy, und das hier ist leider eine ihrer schwächeren Ausgaben. Die Story ist ein Prequel, das heißt, wir folgen nicht gleich der Handlung aus Ausgabe 100, das war ja Erstschlag, die Invasion, die zweite Schlacht von Endor, die Nagai haben die Rebellion vertrieben vom Planeten. Dann, nö, da machen wir nicht weiter. Wir bekommen hier einen kleinen Flashback, wie der Mandalorianer-Fanchiser und der Corillianer-Bey erstmals auf Endor gelandet sind, und dann bekommen wir im Grunde eine Story mit Han. Han ist ein wenig eifersüchtig, Franchiser wurde ja schon etabliert früher in der Comic-Reihe, macht sich ein bisschen an Leia ran. Han ist eifersüchtig, er wird auf eine Mission geschickt, irgendwelche seltsamen Weltraum-Anomalien zu untersuchen. Und dabei wird er irgendwie durch Zeit und Raum geschleudert und landet auf einem Planeten, von dem ich glaube, es soll die Erde sein. Aber das wurde vermutlich in letzter Minute geändert. Ich komme gleich dazu. Er landet auf diesem Planeten, er trifft auf eine Prinzessin und einen Prinzen aus zwei verschiedenen Königreichen und die sollen heiraten, damit Frieden herrscht zwischen den zwei Reichen. Aber die Prinzessin verliebt sich in Han, weil er ist Harrison Ford und Han macht dann so einen Plan und mit der örtlichen Rebellion, dass sie den Prinzen entführen, jadda jadda jadda. Eine Verschwörung kommt ans Licht und die Prinzessin realisiert, sie liebt den Prinz-Typen und nicht Han und Han geht wieder. Und er zeigt Leia mehr offen seine Gefühle am Ende der Story. Also es sollte charakterlich was machen. Es funktioniert für mich nicht ganz. Und jetzt kommt der verwirrende Part. Ich glaube, das sollte die Erde sein, unser Planet, und zwar im Mittelalter. Es sieht aus wie das Mittelalter. Die Charaktere sehen so aus, es gibt Pferde, die Tiere dort sehen aus wie normale Tiere, nicht wie Star-Wars-Tiere, aber sie haben Blaster. Und es wird auch angesprochen, oh, das ist was ganz Neues bei uns und der Hof-Visier oder was auch immer ist der Verräter und er hat die Blaster irgendwie importiert. Denn der Prinz und die Prinzessin werden am Anfang auch verfolgt von diesen Rebellen mit den Blastern und die wissen nicht, was diese Waffen sind. Dann stürzt Han ab und es wird klar, die haben noch nie ein Raumschiff gesehen. Es ist so verwirrend. Und Han reist dann einfach zurück am Ende durch diese Anomalien. Aber es ist, es fühlt sich an, als hätten sie das geplant und gezeichnet mit der Absicht, oh, das ist der Planet Erde. Und dann im Nachhinein hat jemand bei Marvel oder Lucasfilm dann doch gesagt, nee, das machen wir lieber nicht. Also ist es einfach ein namenloser Planet. Aber wenn es einfach nur ein willkürlicher Planet ist, wieso wird das so klargestellt mit der Weltraumanomalie? Weil Han sagt sogar, wir sind nirgendwo, nicht mal der Navi-Computer weiß, wo wir sind. Wir sind nicht in der Galaxis oder außerhalb der Galaxis oder welche Zeit es ist. Warum daraus so einen Punkt machen? Weil sonst könnten sie auch einfach sagen, wir wurden quer durch die Galaxis geschleudert, wer weiß, wo wir sind. Es ist verwirrend. Also insgesamt leider eine schwächere Ausgabe. Auch mal eine gute Autorin wie Mary Jodafi hat mal einen schwachen Tag. Ich bin froh zu sagen, dass es nächstes Mal stark weitergeht. Aber das sehen wir dann mit Ausgabe 102. School Spirit aka Gemeinsam sind wir stark aka eine Story, die im Deutschen komplett falsch betitelt wurde. Wir reden drüber. Wir reden drüber. Untertitelung des ZDF, 2020